Freunde, herzlich willkommen, Alter, hier auf meiner Hamas. Du willst mal ein bisschen rutschen, Junge. Warum, Bruder? Soll ich rutschen, Bruder? Hä? Hab ich gar keinen Platz mehr. Du hast so viel Platz. Ja, Bruder, ich sitz gleich so. Ja, ich muss so. Ich sitz gleich mal. HALLEN. EY! HEY, DU GEILE SAU, JURGE! WAS ERT DAS TÜT D'ALTER? CHENCI WIKE TU. EY! Paragrafen, Zeichen, 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 Paragrafen. Okay, Freunde, wir haben ein paar Spiele. WUHUHUHу! Ich komme mal! Wir werden nicht nur mal autofahren. Wir haben ein paar andere Spieler auf, so ein paar, wie nennt man das? Ja, werdet ihr gleich sinnvoll, deswegen, ich mach mal hier einen Knopf, ich weiß nicht, wie wir das eingestellt haben. Warum bin ich hier? Halb, halb, Junge, ja? Hab ich dir doch gesagt, das ist Green Screen, Junge? Ja, wir sind richtige Schakalackers, Junge. Boah, dann guck mal, wie ich fahre, Bruder, mit einem Bein so, Junge, ja? Ich frage, wir haben sogar Gaspedale und so, wisst ihr? Wo ist das? Okay. Ey! John Falasser! Ey! Ey, du bist Gegenspur! John, du bist Gegenspur! John, 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 ey! John, du bist Gegenspur! Ey, warum geht das nicht, Junge, ja? Wohoo! Pass auf der Gegenspur! John, 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 pass auf, pass auf, pass auf! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Oh, alles ist gut! Junge, fahr mal ruhiger! Alles ist gut! Du hast die ganzen Bäume umgeballert! Boah, und danke für deinen Zapp, Junge! Warte doch mal! Fäkko, wie der Ranschisch, Freunde! Satjego! Alter, wie verullt werden du ohne K 135? Ihr braucht wirklich doppelte Sicherheit. Ched, was passiert denn mit den Subs? Ein Sub-Magaton oder was? jumpsichend auf, jumpsichend auf! paddle listening. lets move on! п accelerated. Wir haben gestiegen! Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Schnell dich an. Okay jetzt geht es los. An-Schnallen. Jetzt geht es los Chat. Okay. Ich kann doch nicht so fangen. Bei drei Stimmen sind wir gerade. Ey. Ey warte mal. Was ist das jetzt Junge? Ja Chat. Wo sind wir? kann man irgendwie ich glaub die perlen vom letzten mal kommt die perle soll ich mich alleine lassen geh 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 ich hab ein dame mit der frau ich schwöre ich hab ein dame mit der frau wer kommt denn sag ich dir gleich wie heißt sie denn alia 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 also wenn ich jetzt gehe ja hol mich aber wieder ab ich schwöre okay okay ey freund ich muss mich umziehen ich schwöre ich hatte ich ziemlich kurz um warte 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 sie gut aus sein ehrlicher hey ich bin die musik aus check wie geht die musik aus der mercedes v8 baby v8 okay was für musik aus die geht nicht aus die rauf einstellung von spiel geht nicht aus klar nein jetzt geht es los warte 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 ich hab hier hat mercedes besorgt musik verpiss die da ich bin immer mein schätzi ich war rapper ich war rapper gib mal kuss gib mal kuss auf märken gib mal kuss was machst du da mal kuss jetzt ich kooperiere dich so in mein zimmer bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen ja ich bleib doch stehen du vertritt du fass mein leg grad nicht an du alte hast schon mal so einen brabus gesehen brabus dreck 61 hast du mich grad alte genannt ja Simon geh nicht mehr auf den sack alter ja guck mal hier von da hinten hey 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 Schatzsilly was machst du mit mir ja holst du mich da ab hä mein körper sagst du mir was an meck ist das meck ist an Eis essen gegner machst du so mit mir warte 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 mal die tress der junge du weißt mich du sagst du mir alte ich bin zwei Jahre jener als du pass auf wie alt bist du eigentlich ich 23 soll ich dir mal ein bisschen die straßen kriegen ich kenn dich seit zwei minuten nämlich dich baby soll ich dir mal die straße von hollywood zeigen hollywood kommst du nicht aus bohren soll ich dir die straße von hollywood zeigen oder nicht schatzi nein 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 ich will dich an schatzi nein 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 ich will dich an schatzi nein 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 halt mich fest halt dich fest hobic fest halt dich fest harml halt die treße als laughs ich kann das nicht Oh mein guck nein, hey, halt doch mal die treße habe ich seid ein bisschen Baitrand ball Boah, halt doch mal die Frist, ich muss mich doch konzentrieren, Junge, ja? Boah, lass mich mal los. Ich schwör, ich kann nicht mehr fahren. Ich hab auch ein Sprich. Lass mich doch mal... AHHHHH! Lass mich doch mal los! Kass, aber... Ey, eine Frage, ne? Was denn? Hast du mal ein Mädchen mit Achsehafen gesehen? Boah, hör auf mit sowas, Alter. Kackst du? Na, riech mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, kackst du? Seit wann kacken Frauen, Alter? Seit wann kacken Frauen, Junge, ja? Seit wann kacken Frauen, Junge, ja? Seit wann kack? Hör auf, nein, nein, schau auf, nein, nein, schau auf, nein, nein, schau auf. Jörn. Jörn, Jörn. Jörn. Oh, Leute. Das war's, ja? Du bist ein... Jörn. AHHHHH! IY 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 IY! IY IY! Jörn. 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 Ah, ich hab kein Topf auf dich, Alter. Oh mein Gott. Alter habe ich mich 2 Stunden fertig gemacht, damit du so... Oh. Ah, Oh mein Kopf. Du bist ein echt hübscher Junge, aber du stinkst. Mein Vater stinkt nach Knoblauch, Junge. Und du stinkst ehrlich. Ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist, aber das stinkt. Schnell dich an! Ich bin angeschnallt! Was schreist du denn die ganze Zeit zu, Jan? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Du hast mich verstanden? Such dir eine andere! Bitch! Hau ab! Meinst du was ernst? Ich hab noch nie nen Korb bekommen, ja? Meinst du was ernst? Chat meint dir das ernst? Mach mal Tür auf, Junge! Alter, da rett mir da irgendein Mädchen entgegen. Verdammt du Scheiße, Junge! Alter, da rett mir irgendein Mädchen entgegen. Ich fang da an zu schreiben. Was hast du mit da gemacht, Junge? Ich hab keinen Bock mehr, Bruder. Warum denn? Ich hab keinen Bock mehr, Bruder. Mach mal den Scheiß Knopf auf, ja? Ich glaub, das ist der Grund gewesen oder was? Hahahaha! Sag mir nicht! Ist das nicht gegangen, Bruder! Ich hab keinen Bock mehr, Bruder! Ich hab keinen Bock mehr, Bruder! Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Aber das einzige, was hältst, ist dein Herz. Du bist ein guter Junge, Jungs! Schwaaam! Du bist ein sehr guter Junge! Schwaaam! Bring uns nicht um! Schwaaam! Bring uns nicht um! Bitte nicht! Nein, 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 nein. Genau, genau. Weißt du? ENGREO ZANGER ARDEMLIE BELA 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 JOK Hey, lass mich mal kurz aussteigen. Ich geh kurz pissen, Bruder. Ich geh kurz pissen, fahr nicht weg, Bruder. Jordan, lass mal feiern gehen, Junge. Lass mal feiern gehen, Bruder, ja. Lass mal feiern gehen. Lass einfach liegen. Zieh dich mal kurz um. Ich brauch mich umziehen. Frauen sagen, ich stinke. Wisst ihr? Wisst ihr, was das Ding an der ganzen Sache ist? Frauen sagen, ich stinke. Das stinkst du auch. So, wir gehen jetzt fahren. Wir fahren jetzt, ich fahr zum Club, Junge. Ja, mach, mach, mach alles kaputt hier, Junge, ja. Und jetzt alles zusammen. Ich schenke auf meinen Kiez. Du musst auch fahren, Junge. Rumeas Benzin. Weißt du, wer da war? In dem weißen Auto. Alia. Komm, mir mal ahn, ich sag, gehen sie jedenfalls fünf. Ey, da ist Alia. Hey, mach keine. Du weißt, ich schrei, ich schrei nicht. Okay, ich schrei nicht. Wann ist der Kiste so laut, Junge, ja? Sag, sie soll, sie soll aussteigen. Die ist im weißen Auto. Fahr, fahr, fahr dahin. Das ist Alia im Auto. Ey, das ist Alia. Durchschnitt reinfahren. Ja, okay. Dann müsst ihr aussteigen, okay? Dann müsst ihr aussteigen. John. Hey, mein Stuhl, mein Stuhl. Alia. Alter, Alia. Mein Stuhl, ja? Jetzt mache ich keinen Spaß. Hey. 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 Was macht ihr? Hey, ich schütze ab. Jetzt bin ich im Auto. Jetzt bin ich mit dem Auto. Was willst du machen? Willst du abhauen? Mein ganzes Gesicht ist das wegen dir. Schatzi. Du hast mich angespuckt. Bist du doof? Geist, was da ist, was da ist. Der spuckt mich einfach an, du edliger Schwein, Alter. Guck mal da. Nein. Auf. Hat er dich da auch angefasst? Du hast mich angespuckt. Hat er dich im rohen Auto angefasst? Du hast mich angespuckt. Hat er dich im rohen Auto angefasst? Du hast mich angespuckt. Hat er dich im rohen Auto angefasst? Was willst du? Komm aus. Komm aus. Ich bin der Bart von Alia. Sag. Du stinkst. Du hast mich noch Pola genommen? Der hupt immer noch. Er wird mich Pola. Der hupt. Dreh dich um nur. Hey. Bei uns herrschen andere Fitten. Wir kommen von der Hood. Hupt da nicht, Junge. Hupt da nicht. Hupt nicht. Schatzi. Ja. Ich liebe dich. Du weißt das. Du bist wie eine Rose für mich. In dunklen Zeiten bist du hell. In hellen Zeiten bist du hell. Du bist wie die Sonne. Du gehst auf und gehst unter. Aber immer mit mir. Und ich will dich immer haben. Weißt du, was der Unterschied zwischen den deutschen ist? Wir verraten unsere Frauen nicht. Familie ist heilig. Junge, sei doch mal leise, ja? Alter, ich bin weg. Mein Auto, mein Auto. Hey, mein Auto. Hey. Mein Auto. Die Polizei. Mein Auto. Die Polizei. Warum die Bullen? Die Polizei. Die Polizei. Ich bin weg. Warum die Bullen, Bruder? Ich bin weg. Warum die Polizei? Alia. Alia, bleib hier. Alia. Help. Help. Hey, Alia, das sind ehrlichste Bullen. Warum? Ey, Junge, ich bin hier. Junge, komm weg. Komm weg, Junge. Ich hab den Bock ausgerufen. Was machst du denn? Ganz ehrlich, Mann. Fahr auf, Polizei. Fahr. Boah, jetzt eigentlich die Bruder. Fahr. Fahr. Mach mal durch. Junge, mach mal die Musik aus. Donne, fahr doch gerade. Mach doch mal die Polizei, Scheiße. Hör raus. Junge, lass mich erfahren. Die Polizei. Was machst du denn da? Junge, komm, komm, komm. Junge, fahr. Ey, Junge, fahr. Ey, ich komm nicht raus, Junge, ich komm nicht raus. Fahr in die Musik. Holt die Schläge raus. Holt die Schläge raus. Schiff von Ticke. Ey, Junge, fahr. Weißt du was? Die Polizei ist da, ich bin weg. Was laberst du, Bruder? Was laberst du, Junge? Was laberst du, ja? Was laberst du? Ey, die kommen doch wieder, Junge. Die kommen doch wieder. Ah! Warte, Bruder, warte, warte, warte. Warte. Aliyah, ich rette dich. Auf der Möhrie. Polizei. Einmal die Felser machen, aufmachen. Einmal die Felser aufmachen. Einmal die Felser aufmachen. Hör ich dir, ich sage. Da ist sie langsam, Franz. Oder fahren sie langsam, hast du mich verstanden? Okay, hier, mein Ausweis. Mein Stuhl, Frau Polizistin, ja? Mein Stuhl. Verstehen Sie, was ein Stuhl heißt? Wissen Sie was? Ich sitze mich jetzt neben Ihnen und wir machen zusammen eine Fahrbrücke. Fahren Sie los. Fahren Sie los. Nein. Was denn? Anschneiden. Rechts vor links. Sie sind doch selber nicht angestellt. Schneiden Sie sich erst mal. Schneiden Sie sich erst mal. Ich bin die ganze Zeit angestellt, Frau Polizistin. Wissen Sie, was ich finde, Herr Polizistin? Wenn ich will, mache ich dann aus, was... Ey, Alter! Wenn ich dir was sagen, hast du... Ja, hast du mich verstanden, ne? Wenn ich dir was sagen, hast du mich veranzuhören. Das meine ich, das meine ich, das meine ich. Das meine ich. Ey. Ey, guck mal, wie das Hintergrund aussieht. Voll verkriegt sogar. Ja, und jetzt? Ja, geht nicht mehr. Wir müssen heute den ganzen Tag so streamen. Warum ist eine Palme hinter meinem Schädel, ja? Ey, Freunde, fahren nicht die den Stream so nicht. Ey, guck mal, Twitch hängt gerade, ja? Guck mal hier, Raison hat einen Zuschauer. Amar hat drei Zuschauer. Niklas, boah, 500 Zuschauer. Am 2. auf den 3. Also der Samstag auf den Sonntag, der 2. auf den 3. Das ist März. Haben wir uns eine fette, fette Villa gebucht, Freunde. Und dort werden wir einen 24-Stream-Stream machen. Deswegen gehen wir in deinen Kalender. Tragt euch ein und wirklich nehmt euch frei. Zweiter, Dritter, also von Samstag auf Sonntag. Was ist, Ellie Geller? Mein Gott, ja. Huffa! Shit! Ja! Oh mein Gott, ja. Freunde, wenn es nicht gefallen hat, auch nicht schlimm. Wir sind Sonntag live mit FIFA. Anonyme unter Strich W hat 3,33 Cent gespendet. Man hat eure Postleitzahl gesehen. Es haben gerade sehr viele reingeschrieben. Adresse, Adresse, Adresse. Wo hat man die denn gesehen? Geh mal kurz. Du bist ein dummes Kind, Bruder. Der ist ein dummes Kind, Bruder. Warte mal, warte mal. Ich schau auf meine Mutter, wenn er noch auf die Straße draufsteht. Ich raste auf, John, ja. Hat einfach unsere Adresse geliebt, ja. Ja, für Thomas Müller ist das nicht schlimm. Was, Thomas Müller? Die haben schon uns herausgefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Habt ihr das gesehen, Bruder, auf TikTok? Die Videos gehen hier rum. Irgendein Ochsen-Basti, Alter, der steht da hinten und macht Videos von uns, ja. Ballert das auf TikTok rum. Und jetzt ist noch unsere Adresse, Bruder. Ich schwöre, jetzt sind wir am Arsch. Toll. Ey, schreib mal an, Toll Jordan, hast du super gemacht. Mach mal aus, mach mal aus, mach mal aus. Und der FC Bayer bäppelt immer sein Verein. Hier ist Lied, ist für Thomas Müller. Du kleiner Achusha, zacki, wacki, ja. Ha, ha, ha. Ey, hör doch mal auf, Junge, ja. Freunde, Sonntag FIFA-Match. Montag wird eine geile Woche. Mittwoch kommt Oma Rosi. Zweitert, dritte. Oma Resi. Oma Resi. Ja, was hat... Du hast gesagt Rosi. Hat er nicht Rosi gesagt und ich hab Resi gesagt? Hör doch mal auf, Junge, ja. Ja, Freunde, Mittwoch kommt Oma Resi. Ah, kein Bock mehr, Junge. Wir sehen uns. Freunde, wir werden... Schreibt eure FIFA-Bestrafung auf Instagram. Schreibt uns wirklich eure Instagram-Bestrafung. Wir werden morgen nicht streamen. Sonntag FIFA, Mittwoch Oma. Resi. Und am zweiten, dritten, der ist der 24-Stunden-Stream. Deswegen kommen wir ins Dat-Chat. Wir sehen uns. Und ich will euch eine Sache noch sagen, ja. Oh, Junge, du hast den Lieblings. Ich bin, 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 ich bin. Ich bin, 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 ich bin. Und der größte Player war für immer.